Moin Leute, herzlich willkommen nach langer Zeit wieder einmal auf unserem YouTube-Kanal der Tatsachse. Schön, dass ihr uns die Treue gehalten habt und auch heute wieder dabei seid. Und wie ihr in der Überschrift schon sehen könnt, hat es einen besonderen Grund, dass wir uns wieder einmal melden, nach über vier Wochen Monaten, denn wir werden live spielen. Wir veranstalten am 3. September, mein 30. Geburtstag, was übrigens auch der Rahmen des ganzen Spektakels sein wird, im Harburger Bahnhof im Stellwerk ein Konzert und zwar gemeinsam mit folgenden Bands. Einmal wären das Fuller aus Elthorn, LRG aus Röne in Ostwestfalen, den Chaos-Junkies aus Südtirol. Und man, ich bin echt begeistert, dass da eine Band extra unsere Trägen von so weit herkommt. Hammergeil. Dann haben wir noch Tobsucht aus Duxerhude dabei und es wird einfach der Hammer, Leute. Hier blende ich einmal für euch den Flyer ein, den haben wir nämlich noch extra entworfen, den hat unser Andi nämlich gemacht. Der hat echt ein weitaus besseres Händchen in Sachen Grafik und Informatik etc. pp. besser noch als ich hat. Ab 18 Uhr wird ein was sein im Stellwerk in Harburg und das solltet ihr eigentlich alle finden können, denn das befindet sich in so einem ehemaligen Wartesaal, wenn mich nicht alles täuscht, im Harburger Hauptbahnhof in Hamburg-Harburg. Was erzähle ich euch da? Wer bestenfalls auch noch bei Fratzeburg ist, der kann unter diesem Link auch noch in der offiziellen Veranstaltung zusagen. Und seid im besten Fall auch frühestmöglich da. Pennt am besten schon davor. In der möglichst besten Manier wird man auch gerne 30. Und was hat sich denn alles so in den letzten Wochen, Monaten, wo wir uns auf YouTube nicht gemeldet haben, alles so ergeben? Was gibt es denn so Neues? Ist alles gar nicht so leicht, da einen Ansatz zu finden. Also erstmal sind wir seit ungefähr drei Monaten wieder dabei, vollständig Woche um Woche zu proben. Das geht endlich wieder, weil die Begrenzung von Personen, die auf den Haufen kommen dürfen, sich ja wieder beruhigt hat. Das läuft perfekt. Wir sind stets bemüht, wir sind immer am Ball. Ich habe mir bei aller Problematik mit Corona die Mühe gemacht und die Planung begonnen, meinen 30. Geburtstag in bester Manier zu feiern, wie ich schon sagte. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Wir haben die weiteren Bands ins Boot geholt. Ordentlich gesoffen haben wir auch, wie immer. Gehört dazu. Hier sind dabei weitere Konzerte zu planen. Die Veranstalter sind darüber ins Bild gesetzt worden, wie es auch mit den angesetzten Konzerten beispielsweise in der Schweiz, in Österreich aussieht, in NRW. Im Osten. Nach Husum wollen wir ja auch noch ganz hoch im Norden. Ja, es kann eigentlich nur gut vorangehen. Und wir waren ja ganz davon ab, dass auf YouTube ja leider nicht so viel gelaufen ist. Mangels Ideen und Stuff. Und es war ja sowieso immer noch das Gleiche. Und wir haben ja einmal schon auf irgendwelche Scheiße ausgewichen, um überhaupt was zu bringen. Man wird auch dennoch immer wieder regelmäßig auf TikTok, auf Insta und auf Facebook präsent. Macht's gut. Kommt so gut es geht zu Hauf in Schnellberg. Lasst uns meinen 30. Geburtstag feiern. Lasst uns alle möglichst gute Laune haben. Wenn euch das Video gefallen hat, trotz der langen Dorfstrecke, in der wir uns nicht mehr gemeldet haben, aber es doch umso schöner sein sollte, dass wir jetzt einmal wieder was hochgeladen haben, dann gebt uns einen netten Kommentar ab, gebt uns einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Bis bald, cheers and bye!